Das nächste Stück Partage bei Eiko Tsukamoto entstand als Teil eines von der Pianisten mit Shiko Saeke imitierten Projektes, in dem sie mit besonderem Interesse an der Verwendung ihrer eigenen Stimme einige Komponisten mit neuen Werken beauftragt hat. Eiko schreibt, ich mag es, wenn jemand mich mit meinem Vornamen ruft. Das ist eine rein persönliche Sache und wahrscheinlich steckt darin auch gewisser Egoismus von mir. Das ist eine Art Egoismus in dem Sinne, dass es mit der Anerkennung, mit dem Verlangen danach, jemand besonders zu sein, verbunden ist. Mir scheint dennoch über diesen Aspekt hinaus der Name, wenn ausgesprochen, der vertrauteste und fundamentaler Laut für jemanden zu sein, der sich gegen jeden semantischen Skeptizismus wehrt und einen direkt anspricht. Der Titel wurde aus dem Buch von Jean-Luc Nancy von einer Gemeinschaft, die sich nicht verwirklicht. Entnommen, Originaltitel der Communauté des Souffrées. Amen. Wir sind mit dem Buch van einerнуть fangen Wehrt und spirituellen Schema, die sich nicht verwirklicht. Schön, Frau R Fit sich, dass wir uns wirst also tun. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. Klaus, Eva, Benno, Christine, Aina, Emilia, Juliana, Isolde, Adam, Karlhein, Eli, Lisa-Marie, Maria-Theresia, Daniel, Margarita, Eico, Alisa, David, Juliana, Rothaud, Alisa, Eico, Klaus, Eva, Ekat, Bini. Klaus, Eva, Benno, Christine, Aina, Emilia, Juliana, Christine, Aina, Emilia, Juliana, Klaus, Eva, Benno, Christine, Aina, Juliana, Christine, Aina, Cody, Aina, Juliana, assassina, Pauline. Klaus, Eva, Benno, Christine, Aina, Juliana, Christine, Aina, Juliana, Gilbert, Pauline. Musik 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 Musik